Hallihallo hier ist wieder euer Atameka und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Terrain Fever ja weiter an der Stelle und zwar hatten wir ja letzte Folge noch diese Haltestelle vergrößert und umgesetzt also von da nach da ist jetzt nicht so ein großer Weg ich hoffe dennoch es hat sich gelohnt weil ich ja jetzt hier wie versprochen diese neue Linie ansetzen möchte vielleicht ich weiß nicht mit Straßenbahn wäre das jetzt denke ich nicht so gut das würde sich ja dann ein bisschen alles überhäufen oder aber naja ne ich nehme eine Buslinie das reicht erstmal denke ich und es ist ja auch nur eine kurze Linie da lohnt sich Straßenbahn denke ich nicht so wirklich ich will gerne normale Haltestellen einmal hier ja wohl lassen wir den Bus den lang fahren wollen wir sehen denn andere Linien mit ja klar kommen binden wir mit anderen Linien ein hier hier lang klingt doch gut oder hier lang ja wie machen wir das jetzt da noch einen da einen die hier draußen müssen auch nicht laufen bin ja kein Arsch denn lassen wir zurückfahren wir machen ja schon mal eine zweite Stelle falls ich die Stadt hier ausbauen sollte dann kann ich den hier nämlich einfach zurückfahren lassen was ich eventuell eh nicht mache aber egal wo fährt er jetzt am besten mal zurück aber hier kann auch noch mal rein fahren zurück hält er hier nochmal an und ja hier ist ja halt der rückweg ist ja logisch das passt so weit okay so von hier nach hier nach da da nicht lang nein nach da das ist jetzt die umsteiger als stelle nach da nach da so so ja das ein bisschen kurz hier aber naja ist jetzt denke ich nicht so schlimm hier nochmal anhalten am mühlweg ja und dann hältst du hier ein Depot und machst Platz sowohl äh jawohl okay hätten wir wo ist denn jetzt mein persönliches Depot da ist eins okay das ist jetzt auch schon mitten in die Stadt eingebaut welche Linie war das jetzt ja ich habe manchmal immer noch so ein bisschen ja die 48 ist ja gerade immer noch die gleiche Game Session wie die Folge davor aber was soll es eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn wenn ich mich verzehrt habe egal wird später eh wieder korrigiert Linie 48 ja wo ist denn hier unten so und gibt Gas hätte ich eigentlich schon vor einer halben Stunde machen können übertriebenermaßen vor einer halben Stunde so schauen wir mal was ist denn jetzt los schauen wir mal was jetzt passiert auf dieser Linie es passiert auf jeden Fall schon mal irgendwas ein Passagier ist wartend hier ist ein Umsteigeplatz zur Straßenbahn da oben ist ein Umsteigeplatz also hier ist der Umsteigeplatz auf die andere Linie sieht ja schon mal soweit ganz gut aus jetzt kommt die Buskolonne hier angefahren irgendwo ach da kommen sie ja alle ja schnell los 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 schaut mal und schon geht's los mit dem Stadtausbau Güterbedarf gedeckt sehr schön wie geht's denn weiter klick bingo der bringt sogar schon Fahrgäste mit das ist doch super also von daher kein Problem das denke ich wird ja auch bald ganz gut laufen apropos laufen da müssen die Leute auch nicht mehr laufen ach was für ein Übergang Straßen brauchen wir noch neue ja ich bin hier glaube ich gerade ein bisschen zu schnell unterwegs spiel gespeichert machen wir ein bisschen langsamer haben wir alle Zeit ich werde natürlich doch nicht im Jahr 2050 aufhören denn es hängt nein deswegen nicht aber ich würde gern doch noch ein bisschen weitermachen hier sind die Straßen etwa breiter als die Landstraßen mache ich nicht wahnsinnig das sieht so aus naja dann machen wir das so irgendwie nicht ah das bestimmt bloß wegen dieser Kreuzung hier mit dem gut okay nehme ich so hin upgrade hier upgrade hier upgrade hier upgrade hier und die Kreuzung sieht immer noch aus wie vorher ich würde sagen das hatte jetzt keinen Effekt aber gut hier noch einen und hier und hier und hier lang ähm ups irgendwas hat mich grad hier schwungvoll weggeschmissen war wohl ein Leck aber nicht so schlimm passiert so ja hätten wir angebunden nein nicht den Hund hier ist ja noch mehr wohl keine ähm Mann wobei hier fährt ich Straßenbahn die könnte ich vielleicht ja noch mal mit einbinden oder sollte ich das nahe sollte ich nicht tun er hat sich auch so viel entwickelt hier kann man mal ein paar Straßen zusammenbauen kollision ja was das denn wann ist das denn passiert ja gut hier ist der automatische Generator noch ein bisschen seltsam was Gebäude müssen entfernt werden ist ja was hallo nein 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 nichts ist entferne ich doch kein Gebäude ja jetzt geht das schon wieder los ich hab da erst ausgetauscht das machen wir bald nicht jetzt so Anschluss fertig verbunden machen wir nochmal so sehr schön sieht doch schon mal viel besser aus jetzt ist hier noch eine direktere Verbindung und die nutzen natürlich sofort die Straße und fahren da lang das ist ja genau so wie ich es gedacht habe können wir ja vielleicht noch ein bisschen Verkehr entlasten könnt ihr den nicht einfach mit dem Auto zum Bahnhof fahren also das fehlt mir halt hier noch Parkplätze sind doch denke ich was man hier oben ist keine Linie hier oben ist aber schon Stadt wie kommt die denn hier hin was ist denn hier passiert ist das ach ja stimmt das ist ja meine erste Hauptstadt Rutenbeck mit 1056 Einwohnern ich sollte ich vielleicht doch demnächst mal noch eine etwas längere Buslinie hier umbauen und versuchen jetzt kommt wieder ganz gewaltiger Akt für uns ihr kennt es bestimmt was Terran an Gleichung nicht möglich könnte daran liegen dass es doch etwas zu hoch ist wir versuchen sie jetzt einfach mal mit Straße hier drüber bauen einfach mal eine Straße bauen so wieder gerade bauen nein wird nix gut dann lassen wir das habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust hier noch so rum zu fummeln mit dem ganzen Hickhack das müssen wir später mal machen ja wohl ausgleichen geht da denke ich besser ja sehr schön sehr schön so jetzt sieht das auch nicht mehr so wild aus und hier werde ich mich dann später mal noch drum kümmern wenn ich nicht vergesse ich weiß dass ich es vergessen werde aber ja Fahrzeuge möchte ich jetzt da auch noch nicht austauschen was ist denn hier passiert wieso nutzen die denn meine Linien die sind noch gar nicht angeschlossen hoch okay was produzierst du also die Linien sind schon alle nicht mehr optimal das hat sich alles weiterentwickelt hier und ja so ist das eben hier wird immer noch öl produziert ich habe hier auch noch mal drei öl habe ich hier irgendwas kaputt gemacht ist nicht angebunden und hier was ist denn hier los wenig abtransport denke ich mal wo könnten wir das denn mit einfügen das ist aber auch weit draußen ja wir haben ja kaum abtransport der güter ich überlege gerade als wir unten haben wir schon so viele güter oder haben wir hier einen anschluss für ja hier werden die güter direkt schon angekarrt wow wieso ist die lok jetzt schon hier während die andere ach so weil das diese kurze güter ok 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 was für eine dicke produktion wie viel kohle der mitbringt in der kurzen zeit vor allem das ist ja wahnsinn wie viel güter der mitnimmt fast gar nichts naja ok es ruggelt aber sehr wenn ich so schnell mache das ist jetzt wirklich mit dem ganzen traffic ich denke das ist jetzt doch schon ein bisschen viel so die leute wollen hier nicht lang fahren weil wir haben würde ich auch nicht wollen naja kommt mal nirgends hin das ist ja völlig irreführend irreführend irre für alle mit ö oder so irre nein ist irreführend schwierig für den sachsen ist das echt also für mich zumindest schwierig mit dem ö und i also was heißt schwierig nein das ist falsch ausgedrückt aber passiert das schon manchmal ja du möchtest zu deinem wohnort du wohnst in breitenbach ok der stau wird aber nicht kürzer oder wird eher noch schlimmer wir warten auch schon ganz viele ja meine lkw staun sich hier auch ihr blinsen lasst doch mal mein lkw durch ein verkehr hier da habe ich schon so viele haltestellen hier hingebaut und so viele möglichkeiten was passiert was passiert was passiert nein oh gott die züge werden alt es dürften dann wohl die hier sein aber ich weiß nicht hier stehen meine lkw schlange jetzt muss ich wieder irgendwas machen was ich eigentlich nicht gehört aber meine wirtschaft bricht gerade so zusammen das geht nicht ich weiß man macht das nicht nein ich mache das jetzt nicht ich muss schauen wie ich das gelöst bekomme so jetzt fahrt mal alle ab los fahrt ab tschüss ich brauche mehr straßen mit buslinien drauf straße mit busspur ja bitte ja das hätte ich jetzt so eigentlich nicht direkt gewollt ich wusste jetzt auch nicht dass dann gleich der ganze verkehr da unten mit weg geht naja naja jetzt kommen sie wieder alle hat den gleichen schniebel nein hat er nicht er cheatet nicht das war jetzt aus versehen obwohl es ist ja kein cheat das ist einfach nur ein bug denk ich mal das soll so nicht sein dieser bahnübergang das ist aber aber kann man denn hier irgendwas machen ja ich weiß ich habe schon wieder vor hier irgendwas auszubauen umzubauen äh halt nicht landstraße sondern normale straße da bekomme ich eine kollision ich verstehe das ganze system ja noch nicht so ganz aber ist schon okay der verkehr muss ja irgendwie irgendwo mal kanalisiert werden und rums dein auto wäre weg und das mit fast 100 km h das ist ziemlich böse ja aber ich finde das auch ein bisschen schikane dass hier so ein krasser stau entsteht und meine busspuren besetzt sind das darf so eigentlich nicht sein es sind meine busspuren und das sind keine busse das sind pkw die erlang fahren also bitte haltet meine busspur sauber wird mein neuer werbeslogan nicht genügend platz kann ich denn überhaupt irgendwas upgraden oder nein es passt hier einfach nicht hin naja ich möchte dann schon doch gerne in landstraße daraus lassen liegt das wirklich nur daran an diesen stellen hier muss ich die umbauen oder geht das auch ohne kann ich hier vielleicht noch ein bisschen verbreitern was steht denn da schon wieder das haus steht im weg ach man was ist denn hier für chaos oh oh ah weil die ganzen lkw jetzt gewartet haben jetzt nicht abfahren können los fahrt ab oh man jetzt staunen sich die busse wieder jetzt können die alle nicht abfahren das ist so hart wenn da irgendwo mal was in stau entsteht dann passiert das jaha interessiert mich gerade nicht so busse sind wieder frei lkw sind wieder frei und der stau wird sich auch gleich wieder bilden ja wie ich schon erwartet habe und ich weiß nicht warum warum fahrt ihr denn nicht einfach ach wegen dieser engstelle hier wisst ihr was scheiß jetzt drauf bums weg mit der hütte geht ja so nicht wegen dem haus kann ich jetzt hier nicht upgraden ich kann ja allgemein nicht upgraden was soll das denn jetzt ach bitte was ist denn das nicht genügend platz ja was soll ich denn tun habe ich jetzt hier irgendwas vergessen depot abreisen noch fahrzeug im weg was was willst du denn in meinem depot bitte fahr was was ist denn hier los hallo ich möchte dieses depot weg reisen es steht im weg man soll denn der ganze stuss jetzt fahrt einfach fahrt so staufrei meine ecker wir haben vorrang ist das richtig so jetzt dürfte auch kein fahrzeug im weg sein wie jetzt ist ein fahrzeug im weg immer noch was passiert denn hier welches fahrzeug ist denn hier bitte im weg ja das liegt jetzt eigentlich alles nur daran dass die sich hier kanalisieren müssen das ist schlimm ansonsten umbaumaßnahme jetzt von mir ganz persönlich eine riesen umbaumaßnahme und zwar möchte ich jetzt hier eine zusatzstraße bauen ja halt das ist total bescheuert ich weiß ok ich bekomme eine kollisionsabfrage so und jetzt ja wie auch immer lasse ich jetzt so und es ruckelt sofort so jetzt könnt ihr macht euch doch mal von meiner busspur weg was wollt ihr denn da ist meine busspur halt mein lkw jetzt ja nicht auf ja genau das tust du ach man jetzt aber staunter stadt weil die alle auf meiner busspur umfahren das dürfte ja gar nicht meine busspur warum fährt er denn nicht weiter aber da hier wenden muss ok ok und jetzt mach meine busspur frei ist meine macht die kreuzung frei was ist denn jetzt das problem überhaupt also war das wirklich nur diese engstelle oder weil der bus hier wenden muss was ich jetzt völlig unsinnig in die länge zieht er kommen wenn du dein bus und dann weiter und weg da und macht doch super beobachten wir schon wieder ganz lange hier diese busse und bahn so diese folge habe ich sogar keine fahrzeuge ausgewechselt bis jetzt wir haben ein bisschen zeit also keine sorge es war jetzt noch keine verabschiedung es läuft auf jeden fall schon mal flüssiger als vorher das gefällt mir schon mal besser das könntet ihr auch gerne mal richtig gas geben und die stadt hier verlassen und freiräumen bitte ich habe hier vorfahrt solange mein verkehr flüssig läuft ist mir das eigentlich relativ egal apropos ich brauche ein neues depot habe ich abgerissen ich habe ja mein depot abgerissen ja straße im fahrzeug depot bitte einmal an diese kreuzung mit oder nicht genügend platz dann bauen wir es halt hier an so was ist denn jetzt passiert auch der verkehr schon wieder weg also leute ich denke ja dass ich würde dass das bug bezeichnen ich weiß aber nicht ob das vielleicht einfach nur doch das ist ein bug die fahrzeuge dürften theoretisch nicht einfach verschwinden aber es muss ja neu berechnet werden da ja neuer teil in dieser straße in diesem ganzen abschnitt dazu kommt deswegen auch diese ausgegrauten felder wenn ich jetzt zum beispiel das zeige ich euch jetzt mal wenn ich das hier mache dann ist rundherum ausgegraut das heißt das muss neu berechnet werden wenn ich jetzt richtig liege seht ihr das ja ich denke schon aber der stadtverkehr läuft immer noch nicht flüssiger warum kann ich auch raus finden ich denke mal weil die straßen einfach nicht dementsprechend was eigentlich gehen könnte hier ist eine kollision ok automatisch es ist nicht ganz so die größe die an der straße angebracht wäre für diese stadt also hat sich die stadt einfach nicht so gut ausgebaut denke ich mal ist jetzt so meinen eindruck von der ganzen sache der verkehr fließt immer noch nicht ich sag mal was wollt ihr alle auf meiner busspur weg da ist meine busspur meine mach jetzt mach die busspur frei leute solche eng stellen müssen hier überall kanalisiert werden nicht kanalisiert sondern abgebaut oder umgebaut das heißt ich reiß jetzt hier schon wieder was weg baue diese strecke hier größer diesen abschnitt mit busspur ja aber noch mal landstraße draus ist ja auch eine nicht genügend platz wieso ist hier nicht genügend platz schauen wir mal nach so so und jetzt stecken wir die straße wieder an busspur ich bin hier viel zu schnell das macht mich gerade wirre jawohl so und die landstraße bekommt hier eine kreuzung ich brauche kein trampleis punkt hätten wir so aber ich brauche eine busspur bitte alles schon eingebaut okay ich habe ja eine kleine straße in gebaut nicht eine kleine landstraße also was ja nicht mal eine mittlere ist ja eh bin ich angeschlossen hier habe ich jetzt wirklich eine straße gebaut auch man ja bin ich verpeilt jetzt schon wieder das kann doch nicht sein es geht gerade erst wieder los und ich verpeile schon wieder alles so dass hier weg große landstraße bitte ja doch mit busspur alles super und ich hätte hier gern einen anschluss nach da so jetzt dürfte doch der verkehr ein wenig flüssiger laufen kann ich nicht upgraden müssen wir neu anbauen machen wir jetzt auch so straße bauen große landstraße anschließen das war jetzt denke ich auch mal bitter nötig diese straße umzubauen hätte ich vielleicht schon vor ein paar folgen machen können jetzt ist das war eine riesenstraße mit riesen busspuren dem ganzen zeug was dazu gehört aber da kann der kanal der verkehrt dürfte flüssiger laufen der kanal hoffentlich auch ja sieht aber schon mal besser als das vorher ich hoffe ich hoffe das hält sich auch wenn nicht wäre natürlich unschön für uns aber sieht schon mal ganz gut aus die lkw kommt durch pkw müssen abbiegen ständig anhalten können aber fahren ja ich weiß 267 so viele fahrzeuge habe ich doch gar nicht oder ich wirklich so viele autos also lkw busse und straßenbahn glaube ich auch nein straßenbahn werden extra gezählt oder der bus muss hier über den bahnübergang der leider 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 nicht austauschbar ist und ich weiß ganz genau wenn ich jetzt diesen bahnübergang abreist ist erstens das gleis weg und zweitens ich kriege ja nie wieder eine straße drüber so ist schön ja hier staunen sich jetzt die autos auch schon wieder aber bisher hin können sie jetzt schön durchfahren ich hoffe es freut euch also die stadtbewohner wo geht das hin hier hin hier runter eigentlich könnte ich ja doch noch mal hier einen ausweichanschluss anbauen was ist das denn überhaupt wo geht das hin ich könnte hier na ich denke ich denke nicht dass das so gut genutzt wird oder so gerne oder so viel oder wie auch immer denn hier steigen ja auch kaum leute in die busse ein also er möchte keiner mitfahren die wollen einfach nicht mit uns reden nein die möchten nicht verständlich will ich auch nicht unbedingt die eng stellen hier überall das ist naja das ist eben für meinen verkehr jetzt nicht unbedingt so förderlich aber wir müssen ja irgendwie ein bisschen damit daran müssen wir uns ja damit arrangieren dass der verkehr immer größer wird deswegen ist es ja train fever wir müssen uns auch damit arrangieren dass breitenbar immer größer wird okay das ist in ordnung ist soweit versorgt erstmal oh das war der rand und routen back haben wir jetzt noch ein kleines problem und zwar fehlt da immer noch ein stück linie ja schau mal kurz auf die uhr und sage euch die linie bauen wir in der nächsten folge interessant oder herrlich ja damit habe ich schon gerechnet ja in der nächsten folge würde ich sagen routen back wird hier jetzt dann noch angebaut mit also ordentlich mit linie versorgt dann ist auch bald der bahnhof versorgt und jetzt klingelt auch schon der timer ich hoffe ich habe jetzt irgendwie nicht ganz so viel zeit verstreichen lassen oder verschoben oder ich bin bestimmt wieder drüber wie immer ja ich würde mich natürlich dann freuen wenn ihr zur nächsten folge mit einschaltet wenn wir diese linie hier bauen und ja ich würde mich natürlich auch freuen wenn ihr kommentiert und daumen da lasst abos sind auch gern gesehen wenn ihr die videos teilt sehen natürlich noch mehr leute meine videos damit helft ihr mir damit helft ihr euch und ja ich wünsche euch natürlich wie immer einen wunderschönen guten morgen einen schönen tag einen wunderschönen guten abend oder gute nacht je nachdem wann ihr schaut das kennt ihr ja alles bereits von mir ja und wie immer atomica klingt sich aus ciao